Ah, Schwuchtel. Ah, ich mach mir gleich hin. Jetzt hau ab, jetzt geh da runter. Mensch. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ah, ich dachte, du wärst ein Feind. Geh du mal vor. Thermalsicht. Thermalsicht. Ja, hab ich auch gelesen. Oh, Feier! Ah, ich bin schon am Arsch. Ey, ich verblute. Ich bin tot. Nein, du stießt im Weg. Ich bin tot. Nein, bist du nicht. Ah, wuh. Boah, Thermalsicht ist voll scheiße. Ah, ich geh wieder rein. Nee, komm, lass Leiter hochgehen, ich hab keinen Bock mehr. Dann geh mal nach Hause. Ja, hier sollen die den Scheiß selber machen. Wo bist du denn? Ich töte die alle alleine. Komm mal runter, Pussy. Das ist nicht so schwer. Komm, ich leb auch noch. Du kannst hier in Deckung gehen. Jetzt sag mal nicht, du stirbst direkt. Wo bist du denn? Ach, da unten. Komm mal hoch. Ja, ich bin hier unten, wo die Action abgeht, Mann. Oh mein Action. Auch du bist tot wieder, ne? Ja, ich hab auf dich gewartet. Aber du warst da unten. Mach mal. Ich bin hier runter hier. Erst mal, wenn das abgeht. Hi, Ritka. Wir sind voll die Noobs, ey. Mach mal wieder auch auf Soldaten. Auf Erd-Ein-Stern. Hammer hart. Mach mal Veteran. Ja. Ohne Scheiß, Mann. Mann, ich hab das noch nie gespielt in meinem Leben hier. Ich kann nur Multiplayer ownen. Ach, muss ich elf und so. Ja, da hättest du mal die Spezialmissionen machen, bist du mal Modern Warfare 2 mit den ganzen Juggernauts. Die, 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 die Missionen oder die Spezialmissionen musst du machen, damit du die Platten kriegst. Ja. Scheiß, Playstation. Ey. Mir hat heute einen Trip geschrieben. Ich war eben am überlegen, ob ich mir nicht bei Amazon hier Guitar Hero bestellen soll. Ey, jetzt bist du auf einen Trip gekommen, ne? Ne, ich wollte jetzt mal mehr so in dieses Unterhaltsame reingehen, weißt du? So viel mehrere. Aha. Ich werde hier voll gemobbt. Ich schieße einfach... Ey, wie, wie, wie einfach ist das denn? Sag mal, warum komme ich denn hier nicht rein? Haha, wenn du doof bist. NY Harbor Heinz used to enter... F drücken, F! Das ist ein Bug. Weil die das nicht richtig verdingst haben. Was sind die denn alle? Kommt da irgendwie nicht raus. Ah, der kommt raus. Oh, 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 oh! Selbst hier stirbst du, du Noob. Ich geh mal hier. Messer an. Wo bist du denn? Wieder unten. Geh mal weiter. Was bist du für so eine Pussy? da kommen gegner ausgang kommst du ja das hat mich auch ein single player genervt genau die missionen waren auch in so einem scheiß u-boot und dann ging das auch alles drunter und drüber hier links mann du bist da voll die blindschleiche ich verblute da ist ein typ ach du scheiße sind hier viele wo bist du bist du kommst du mir nur runter wenn ich alle getötet habe gegner gegner irgendwo gegner ich halte das ventil man du musst die gegner schach halten man viel leben zurück zum team mann wenn man daraus ja jetzt auch ein paar punkte normal ich sag doch scheiß koalitionsabfragen wer macht so eine scheiße ich komme mann ich komme ich bin hinter dir wo bist du denn komm hier runter hier ist ein single player war dein boot wir müssen hier da kommen fahrzeuge irgendwo wo wo die geht aber schon länger die mission leg ich mal hinter so eine kiste lebt da noch einer da hinten krabbeln die schon wieder weg komm man ich gehe links äh rechts ich gehe links ja ich sehe gar keinen da sind sie wie so eine boygroup stehen die da die werden abgeholt man müssen wir hier wieder rein oder was da kommt dann auch wo kommt er charlie mann charlie toll so wird das gemacht wir schaffen nur easy der deinen namen trägt guck mal 34 abschüsse aber warum zeigen die denn hier keine präzision hä weil es unwichtig ist ich bin level 7 oh du bist level 10 boah krass ich habe schutzweste freigeschaltet cool mhm willst du noch eine spielen oder wollte es ja dann aufhören oder was ja ich habe keinen bock mehr die missionen und so zu machen kack lowe wie viel sind ja wir haben jetzt drei stück gemacht dann gibt es noch eine vierte dann haben wir das einfache rein und raus gefällt mir kriminell halten das botschaftspersonal als geiseln äh wir verhandeln nicht mit theoristen amerika wir fahren also ich verhandel oben eines toxischen nervengases hacken sie die feindliche schützung gelangen sie rechtlich zur u-bahn fangen sie die feindliche aufregungsraten ab um das ziel zu finden und auszuschalten gehen sie auch noch völlig vor um die tochter als präsident zu retten bevor makros leute sie finden ach das habe ich auch gespielt so ähnlich zumindest stufe 10 müssen wir sein und stufe 15 kriegen wir die anderen guck mal lissi lissi hat durch die ja sprengladung platziert das ist auch cool hört sich cool an wo ach die sehe ich noch nicht die dritten sehe ich nicht ach so hier das ist wie der hindernisparcours noch eine runde auf dem hindernisparcours mit neuen waffen mehr zielen und vorstößen cool awesome oder hier widerstandsbewegung bringen sie möglichst viele rebellen leise zur landzone ach so leise zur landzone ich dachte leise um so willst du irgendwas machen rein und raus äh ne ok dann lass mal die anderen kommentieren und so dann viel spaß leute ich hoffe ihr hattet spaß so ein bisschen mit den hier ein bisschen so die Missionen und der Überlebenskampf was sagst du wohl so Fazit bisschen so ja ich find's geil mir macht's spaß mir macht's saumäßig spaß und deswegen freu ich mich auch gleich hier den Single Modus mal anzutesten und anzuspielen ist awesome awesome sagst du ja auf jeden ja Story Modus war bisher immer geil das hab ich auch gesagt der Call of Duty Reihe oder generell halt von Call of Duty Spielen der Call of Duty Reihe oder generell von Call of Duty Spielen also ne also was ich eigentlich ja COD na ja genau COD oder die MW Reihe oder so ok Leute wir sehen uns bis dann haut rein Jungs Mädels bleibt sauber